so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die bloody chameleon von bonfireworks auch wieder eine batterie wo ich mir denke mit 500 gramm und 30 millimetern das kann eigentlich nur dolle werden wir haben hier wirklich durch und durch das thema rote blinker drin das heißt viele effekte mit rot blinkern auch goldweiden dazwischen auch wieder popping flowers und auch mal blaue sterne waren auch mit dazwischen sehr geil wenn die so krass kommt wie auf dem video leck mich am arsch dann ist das wirklich eine batterie wo ich sage bis jetzt alles von bonfireworks krass und deswegen gehen wir jetzt raus und zünden diesen brecher hier bonfireworks bloody chameleon und abfahrt dafür dafür auf jeden fall erstmal ein like leute die glocke aktiviert ksyche am auch die die das ist ein ich 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 ein Bis zum nächsten Mal.